Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich ein weiteres Raspberry Pi Case für euch. Und zwar ist es eins aus Aluminium mit einem Lüfter hinten drin. So sieht es fertig zusammengebaut aus und ich zeige euch jetzt wie man das zusammenbaut. Also wenn ihr es auseinandergebaut habt, habt ihr erstmal diese Teile hier. Da nehmt ihr jetzt erstmal den Lüfter und ihr habt dann noch ein Klebepad dabei, das habe ich jetzt schon benutzt. Da müsst ihr die Ecken abschneiden und die Ecken hier an die Ecken vom Lüfter dran kleben und dann den Lüfter an dieses Panel dran kleben. Der hält dann auch recht gut. Und was ihr auch aufpassen müsst, die Seite mit den Einkerbungen in den Löchern, hier sind zum Beispiel keine Einkerbungen und hier sind Einkerbungen, das ist die Seite, an der die außen ist. Deswegen müsst ihr den Lüfter genau auf die andere Seite machen, wo keine Einkerbungen sind. Und dann nehmt ihr euren Raspberry Pi und nehmt diese Platzhalter und schraubt mit den Platzhaltern und den Muttern, schraubt ihr die einfach fest. Und zwar auf der Seite, da wo die GPIOs sind. So, wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr den Lüfter und steckt den auch in den GPIOs aus. Und zwar kommt das rote Kabel in den äußeren Pin, den zweiten von rechts und das schwarze Kabel in den dritten von rechts. Dann nehmt ihr einfach euren Raspberry Pi und guckt, wo im Gehäuse diese HDMI und sowas Stecker sind. Steckt den Raspberry Pi einfach hier rein und guckt, dass der HDMI-Stecker aus den Löchern rausguckt mit den anderen Steckern zusammen. Dreht es vorsichtig um, haltet den Raspberry Pi fest, damit er nicht rausrutscht. Und dann schraubt ihr hier von unten diese Schrauben hier fest. Das ist ein bisschen knifflig, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dürfte es eigentlich funktionieren. So, wenn ihr es gemacht habt, nehmt ihr dann die Seite mit dem Lüfter, klappt sie einfach zu, sodass die Löcher oben sind vom Gehäuse, drückt es ein bisschen rein und schraubt dann die schwarzen Schrauben da wieder rein. Das gleiche macht ihr dann auch mit der anderen Seite, wo dann die USB- und Ethernet-Port dran sind. So, dann seid ihr auch schon fertig und ihr habt euer Case zusammengebaut. Das ist ein ziemlich cooles Case, finde ich, wenn man es einfach rumstehen haben kann, weil es gut aussieht. An die GPIOs kommt man nicht mehr dran, leider. Das ist aber auch nicht so schlimm, finde ich, weil wenn man es einfach nur als PC-Ersatz benutzt, ist es eigentlich recht gut. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.